Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 2. März 2023. Du hörst die Geek Talk Daily 1326, heute mit den folgenden Themen. EU, iMessage, Chrome, OnePlus, 2FAS, Wise und Samsung. Ich starte gleich mit der Geschichte rund um Apple und der EU und Spotify. Ich hatte es vor kurzem erst gerade, dass eben da was bekannt gekommen ist. Nun hat sich auch Apple dazu gemeldet. Zum einen, natürlich ist man nicht unglücklich, dass die Geschichte mit den 30 respektive den 15 Prozent nicht angekreidet wird. Das heisst, sprich, man ist zufrieden damit, dass der App Store auch Geld verdienen darf. Aber unzufrieden ist man darüber, über die andere Geschichte und meint dann eigentlich zu Spotify, dass man die App ja so machen kann, dass sie einfach geöffnet wird und dann heisst, mach ein Abo und nicht über Apple. Fertig, nur in diese Richtung. Warum nicht? Es gibt ja auch andere Apps, die das so tun. Warum tut man nur so kompliziert bei diesem Spotify? Ja, liegt unter anderem daran, dass ich Spotify nicht mag, dass ich da ein bisschen auch… Aber ihr wisst ja, Microsoft hat angekündigt, dass sie iMessage-Support für Windows anbieten werden. Und das ist natürlich in Schuss in Richtung Google und der Geschichte mit RCS, die sie gerne am iPhone integriert hätten. Also Google eigene Technik im iPhone-Telefon, ganz tief verwurzelt. Natürlich wollen wir das nicht. Zumindest Microsoft zeigt jetzt, dass es auch anders geht, auch wenn ein bisschen kastriert. Du kannst nächstens, wenn du ein Windows-Beta-Tester bist, ein Insider sogenannter, das Ganze mal antesten, nämlich iMessages verschicken. Es ist eingeschränkt. Gruppenchats gehen nicht. Vergangene Gespräche lassen sich auch nicht laden. Das kennen wir von sicheren Messengern wie Wire und Co., die eben auch nicht ältere Messages laden. Auch Signal etc. macht das so, weil halt eben Sicherheit geht vor. Und auch das Versenden von Daten und Messages, wie sagt man denn, Bilder, ist nicht möglich. Ich bin mal gespannt, ob das ausgebaut wird, ob es da Möglichkeiten gibt und oder wo die Reise hingeht. Die Reise hingehen soll bei Chrome, also dem Browser von Google, in Richtung oben. Denn etwas, was der Chrome auf dem Mac macht, ist Akku verbraten. Und zwar nicht wenig, richtig viel sogar. Und das soll sich nun ändern. Google hat gesagt, dass sie in einem Dauerlauftest auf einem M2, also MacBook Pro, 13 Zoll M2 Prozessoren, bis zu 17 Stunden am Stück geniessen kann, also surfen kann. Wenn man sogar nur YouTube-Videos anschaut, soll man auf 18 Stunden kommen. Ob das wirklich so ist, werden dann die ersten wirklichen Tests dann zeigen. Die Frage ist vor allem aber, wie schaut es aus auf älteren Mac, die nicht einen M-Prozessor haben. Die haben wahrscheinlich das Nachsehen in die Richtung. An der MWC hat nicht nur Motorola ein Gerät vorgestellt, was ein ausrollbares Display hat. Auch OnePlus, die Tochterfirma von Oppo, vom grossen Konzern aus China, die haben angekündigt, dass sie noch in diesem Jahr ein neues Gerät bringen werden. Das OnePlus 11 habe ich ja aktuell im Test. Aber in diesem Sommer, Herbst soll noch etwas Neues kommen, nämlich ein eigenes Klapptelefon, was anderes in den Schatten stellen könnte. Ich bin sehr gespannt. Nach wie vor bin ich ja ein grosser Fan vom Huawei P50 Pocket oder das, was Motorola gezeigt hat. Und noch mehr gespannt bin ich natürlich auf das Oppo-Smart-Falttelefon, wenn ich es dann mal in die Finger bekomme, ein bisschen länger. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was OnePlus uns zeigen wird. Und vor allem, wenn es soweit sein wird. Wird es auf die IFA sein? Wird es vor oder nachher sein? Ich werde auf jeden Fall berichten, sobald es da was dazu gibt. Du bist immer noch auf der Suche und oder möchtest es jetzt endlich mal angehen, Two-Factor-Authentification bei deinen Logins zu aktivieren. Dann gibt es Software, und zwar kostenlose und sogar Open-Source-Software, die nicht mal hässlich ist. Ich spreche von 2FAS. Es ist eine App, die es auf Android- und auf iOS-Basis gibt. Wie gesagt, kostenlos zu haben ist und ihr euch mal anschauen könnt, sofern ihr da nicht schon etwas habt. Ein bisschen umgekrempelt hat auch Weiss. Die werden ein bisschen anders grün. Die waren vorher schon grün, jetzt ist ein anderes Grün, eine andere Bildsprache in der Schriftart und dem Fähnchen, was vorne dran ist. 16 Millionen Kunden hat man schon. Wöchentlich sollen 100'000 neue Kunden dazukommen. Das ist ein schöner Zuwachs. Und mit dem Dienst kannst du verschiedene Multivährungskonten führen. Insgesamt 50 verschiedene Währungen lassen sich darüber abbilden und oder von einem in die andere überweisen. In sicher, in schnell und vor allem auch in kostengünstig. Ich muss mich da mal ein bisschen mehr einarbeiten. Ich nutze Weiss sehr gerne im Zusammenhang mit meinem Neon-Konto. Da ist es nämlich integriert und ich kann einfach und schnell mein Geld ins Ausland transferieren, wenn ich dann das unbedingt muss. Zu guter Letzt gibt es ein neues Telefon von Samsung. Und nein, ich spreche nicht von einem grossen, teuren Smartphone, sondern etwas, was eher im Budgetbereich ist. Das Samsung Galaxy A14, was wir schon kennen, hat einen kleineren Bruder bekommen, der vielleicht nicht mal zu uns kommt. Denn das A14 hat den Anhängsel 4G. Ja, ihr könnt euch denken, was das ist. Das ist keine 5G-Technik mit drin, was ja sonst Samsung fast in all ihren Telefonen hat. Du findest darin auch ansonsten abgespecktes Hardware. Es ist kein Wi-Fi 6 drin, sondern Wi-Fi 5. Du hast aber dafür einen Dual-SIM-Slot. Du hast sogar noch einen 3,5 mm Klinkenstecker. Ja, du hast USB-C, du hast NFC und das aktuelle Android 13 ist mit dem Samsung-eigenen One UI obendrauf. Aber es ist ein aktuelles Android-Device. Du hast auch 5000 mAh. Es ist Bluetooth 5.1, auch hier nicht .3 oder .2. Also alles ein bisschen abgespeckter und somit dann wahrscheinlich auch vom Preis ein bisschen attraktiver. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns hier in den Verkauf kommen wird. Zumindest glaube ich nicht hier in der Schweiz, weil hier haben sie sonst nur 5G-Geräte, die sie verkaufen. Wenn es trotzdem interessiert, sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir natürlich davon berichten. Und das war es dann mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr seid gut oder werdet jetzt dann gleich gut in den Tag starten. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.